Grüß Gott, ich bin der Benedikt. Ich suche eine treue und liebe Frau fürs Leben. Ich habe mit Frauen bis jetzt eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Aber es ist so, dass die Frauen nach kurzer Zeit immer das Interesse an mir verlieren. Obwohl ich, wie ich finde, sehr tolle Hobbys habe. Ich mache Brettspiele und ich sammle Zuckertüten aus Hotels und Pensionen und außerdem... Hallo? Oh, Sie sind ja immer noch da. Entschuldigung.